Musik Tim Tom, leider verlässt du uns ja jetzt, aber vielleicht auf der anderen Seite ist es für uns auch ganz angenehm, müssen wir nicht um keine massiven Sperren drumherum laufen, in der Kabine ab und zu auch keinen Aufwecken nach der Ausbildung, wenn es zum Training geht, aber du bist da zum Glück auch nicht weit weg, wir freuen uns, wenn du uns wieder besuchst und dann lade ich dich auch mal gerne wieder auf ein Mädchengetränk ein.